Freust du dich auf den Tag, an dem du alle Punkte auf deiner To-Do-Liste abgehakt hast? Wo alle Probleme gelöst sind? Das wird nie passieren. Die Welt verändert sich ständig. Sie strebt zum Chaos und zur Unordnung. Das nennt man Entropie. Immer wenn wir denken, wir hätten die Dinge in Ordnung gebracht, eine Aufgabe erledigt, kommt eine neue Herausforderung dazu. Im Buch Aufklärung jetzt findet sich zum Beispiel folgendes Zitat. Armut hat keine Ursachen. Wohlstand hat Ursachen. Soll heißen, in einer Welt voll Chaos und Unordnung ist Wohlstand eben nicht die Regel, sondern die menschengemachte Ausnahme. Wir können uns gegen Entropie und Vergänglichkeit wehren oder mitmachen. Wenn wir versuchen, das, was unbeständig ist, festzuhalten, werden wir leiden. Wenn wir es akzeptieren und im ständigen Spiel der Veränderung mitspielen, wird es leichter.